Die bekannte und berüchtigte Golfergruppe, die sich seltsamerweise bis heute noch keinen festen Namen gegeben hat, ist im Jahre 2017 nach St. Andrews in Schottland aufgebrochen, um auch einmal das absolute Mecca des Golfsports zu erleben. Walter, Michael, Günther, Robert, Peter und Reinhold sind in Edinburgh gelandet und mit zwei PKWs nach St. Andrews weitergefahren. St. Andrews befindet sich am Meer, attraktiv gelegen und mit einer renommierten alten Universität ausgestattet, an der sich bekanntermaßen Prinz Philipp und seine Kate kennengelernt haben, wovon das Städtchen ausgiebig zehrt. Noch wichtiger ist in St. Andrews allerdings der Golfsport, der hier irgendwo seinen Ausgang genommen haben soll und der über eine Reihe von Links-Kurses verfügt, von denen der sogenannte Old Course der traditionsreichste ist. Das Städtchen ist voll von Golfshops und angereisten Golfern wie uns und das Außergewöhnliche ist, dass der Abschlag von Loch 1 des Old Course praktisch aus der Stadt heraus erfolgt. Etwas, was man sonst wohl nirgendwo kennt. Unsere Gruppe hat den New Course und den Jubilee Course sowie den Castle Course im Süden von St. Andrews gespielt. Untergebracht waren wir im Herzen der Stadt in einer Pension an einem Sträßchen namens Murray Park, von wo aus es bis zum Abschlag des Old Course bestenfalls fünf Minuten zu Fuß waren. Dabei mussten wir ein Stück entlang der Straße mit dem Namen The Scores gehen, von dem uns unser Pensionswirt erzählt hat, dass hier die höchsten Immobilienpreise von ganz Schottland aufgerufen werden. Während die Privilegierteren ihren Abschlag gleich hier machen, auf dem Old Course, neben einem der wohl nobelsten Clubhäuser von ganz Großbritannien, mussten wir ein Stückchen weiter laufen, um hier auf dem Jubilee Course abzuschlagen. Zwei Tage später haben wir den ersten Abschlag nebenan am Start des New Course gemacht. Old Course, Jubilee und New Course sind praktisch ineinander verwoben. Von der Bar dieses großzügigen Hotels haben wir ein paar sehr schöne Überblicksaufnahmen von der gesamten Anlage schießen können. Und ganz wichtig, hier mitten auf der letzten Bahn des Old Course führt die Swilkin Bridge über einen Entwässerungskanal. Wie das Icon schon aufzeigt, muss hier unbedingt fotografiert werden. Diese kleine alte Steinbrücke ist ein Motiv, das schon unzählige Male für Fotos herhalten musste. Und vielleicht das Wahrzeichen des Golfsports in St. Andrews darstellt. Wir werden noch darauf zurückkommen.